1, 2, 1, los! Also wir sind hier auf dem Schmuzorna, auf der Marienhöhe. Meine Frage ist, wofür läuft die hier oder für was macht ihr das? Also wir laufen einzig und allein für den guten Zweck. Wir machen das seit mehreren Jahren. Heute ist es so, dass wir nicht nur für Kambodscha, sondern auch für ein anderes Projekt spenden und für Johnny. Das ist ein Junge, der eine Organisation aufgebaut hat. Er muss kämpfen, es ist noch nichts verloren, so heißt die Aktion. Und ja, da geht es darum, dass wir versuchen, Krebspatienten, die ihre Chemo brauchen, andere sportliche Therapien, dass wir denen helfen, für die Geld sammeln, weil das relativ teuer ist. Und ja, und somit verbinden wir das Ganze mit einer sportlichen Aktion. Wir haben alle uns Sponsoren gesucht, laufen pro Runde, bekommen wir Geld von unseren Sponsoren und es wird alles gespendet. Das ist ein Jahr! Wir machen unser Haus! Das ist ein Jahr! Wir machen das . Wir machen das! Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Wir machen das ganze Team. Wir machen das ganze Zeit. Wir machen das jetzt schon mal. Wir machen das letzte Buchstab. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir sind hier von der Marienhöhe, wir sind in der Klasse 5a und wir verkaufen hier Sachen Für eine Spende und es wird hier an den gespendet, auf dem Plakat und wir verkaufen Kappen, Armbändchen, da sind schon viele weggekommen und T-Shirts Und da steht überall drauf, du musst kämpfen, es ist noch nichts verloren Und, ähm, ja Ja, Achtung, Riss, der Schuhleiter hat etwas aufgehoben Ja, wo war Riss? Ja, her. hopefully ihrer hebt Untertitelung des ZDF, 2020